Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v. Mit mir, Sarvex. Oh yeah! ja dies ist ein kleines in die spiel was ich dank dem winter sehr günstig erworben habe und ja dann ohne viel geredet wollen wir mal direkt losgehen und gucken was da so abgeht viel spaß new game ich hab mir schon mal kurz rein geguckt kurz ist alles in Ordnung nein irgendwas Interferenzen nein irgendwas ist falsch ja alle wuckelieren nein schnell raus oh nein irgendwas passiert hier nichts gutes das war ja erschreckt gut dass alle in kommen sind richtig leute leute oh shit oh yeah mit wer ist die steuern und wir sind ganz alleine die ganzen leute sind weg wir sind ganz allein oh action to flip 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 oh god wo ist mein schiff hin teleportiert und äh warum bin ich alleine ich hoffe allen anderen geht's auch ganz ok das sagte er und flippte und speicherte und oh stopp männchen löse evil stopp männchen die uns jetzt erstmal weiter nicht kümmern und wir gucken nach unten und hier ist was wo was bist du denn ich hatte das spiel schon mal ganz kurz eingetestet um zu gucken ob es funktioniert das klingt doch schon mal ganz gut dann weiter geht's was gibt es hier sonst noch ein terminal aktiviert mit enter personal luck jeder ist evakuiert vom spaceship und sind paar tage rumgelaufen irgendwann wird die suche komplett sein so oder so ähnlich stand es da glaubt mir vielleicht womöglich weiter geht's was ist hier wirklich schlimmes passiert mit dem schiff und so mit dem teleporter und alles alles ist zufällig beim teleporter überall sein oh nein ich bin voll auf dem schiff du nicht aber es ist ziemlich geschädigt so mit interferenzen und wo sind sie denn captain oh ich bin irgendwo auf der spiel space station es ist sehr modern viele interferenzen in der dimension hier hast du voll krasse karte dort bin ich ich kann dich zurück teleportieren aber teleporter müssen in der nähe sein damit du zu mir kannst also suche ein teleporter okay ich werde dich suchen oder einen teleporter suchen damit ich zu dir kommen kann Violet oh yeah ich bin der captain der captain des spaceships viel glück captain ich versuche die rest der gruppe zu finden alles klar dann ist das die karte wo dann wollen wir mal weiter auf unserer großen suche wie ha und jetzt sind hier jetzt männchen neben stop männchen sind jetzt jetzt aber uns interessiert es nicht wir gehen weiter hier ist wo da ist ja irgendein shiny ich brauche das sicher gut für das schiff um irgendwelche studien dran zu machen oh yeah jetzt aber erstmal gucken wie ich rüberkomme nicht so das war zu früh bang boah ho skitter puh und noch einmal nein ähm nicht so nochmal äh jede gut Dinge sind äh drei mal gucken ob hu äh der ist äh very closey ja oh ja oh yeah shiny winky äh trinket komme ich auch sauber zurück das wäre voll krass gedroht ja 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 yes of course so und wupp und wupp und wupp weitergekommen äh enter to view web web und save points und äh wir sind ruidien äh das bin ich alles klar gut zu wissen oh mein gott der kam typi oh checkpoint hu re reflexe die braucht man jetzt glaube ich 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 ha ha hu ha ha voll krass geschafft ich glaube das ist ein geschicklichkeitsspiel oder so vielleicht gibt es hier einen killcounter das wäre ja interessant interessant huh oh ein teleporter und da kann ich zurück zum schiff oh yeah hallo teleporter uh gespeichert und äh enter to teleport ebbs mitglied ist da vier fehlen oh gott so äh doktor haben sie irgendwelche ideen was passiert ist irgendwelche bizarren Signale das Interferenzen und so mit Equipment und dann ging alles kaputt und dann Position verloren und dann Quantum Position und into Space die Menschen Oh nein, so kompliziert das selbst ich es nicht verstehe Aber ich kann das glaube ich alles reparieren Ja, ja, ich bin Doktor Ich bin Arzt, lassen Sie mich ran Äh Wir müssen aber dafür bestimmt dann noch den Rest der Gruppe finden Das wäre glaube ich ganz knorkel Sie sind irgendwo überall verteilt Da ist ein roter Sie können wirklich ein großer verloren sein oder ein großer Gefahr Der ist ein bisschen in der Schleife gerade Sie können sie hoffentlich Oh Gott Wir können sie doch hoffentlich zurück teleportieren Nicht einfach so Wir müssen einen Weg finden zu kommunizieren Äh Signale teleportieren müssen sie voll krass glaube ich dahin Oh Gott Was müssen wir dann tun Wir müssen sie finden Um sie zurückzuholen Müssen wir sie finden damit sie sagen können Geht was zu einem Teleporter Und äh Dafür müssen sie die finden Okay Wo soll ich starten? Äh Irgendwo Die sind überall Einfach so Und da gibt's noch ganz viele andere Fragezeichen Ich weiß nicht was es ist Aber so Fragezeichen Fragezeichen Mache ich mal auf ne Karte Einfach irgendwo hin Das ist voll cool Äh Sie können Sie starten einfach mal Okay Ich gucke Was ich äh Äh finden kann Äh Okay Äh Sie können jederzeit hierher kommen für Hilfe Alles klar Press Enter to talk Äh Ich äh Oh Gott Doktor Was ist bloß los Wo soll ich anfangen Ich weiß nicht Gucken sie doch einfach mit Enter auf Karte Halten sie doch einfach die Fresse Dann können sie teleportieren Alles ist cool Alles wieder okay Okay Doktor Das war hilfreich Oh Gott Was ist hier DSS Zul Ai Ship Navigation Controls Error Error Kegner Slide Dimensional Coordinates Interferences Stop Stop Oh Ich glaube Das Ding ist kaputt Äh Ship Radio Ist äh Da So die habe ich Einfach mal aktiviert Und äh Kommen wir mal weiter Oh hier Was ist da Äh Shipbox Äh Für Musik Ach äh Durch solche Sammler Items Können wir damit verschiedene Musik hören Cool Passion for Exploration Äh Okay Das Ding Schlage Äh Es scheint ein guter Punkt zu sein Für ein Äh Laden Oder für Aufbewahrungslager Für shiny Sinky Winkies Wir haben zwei 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 Das ist doch schon mal gut Da ist ein Teleporter Und hier können wir glaube ich Aus dem Spaceship Into Space Oh Gott Riesige Karte Auf Oh Gott Doom Boah Da ist ne Wand Dann äh Puh Müssen wir mal so ein bisschen Die Karte ergucken Würde ich sagen Das wäre glaube ich Nicht schlecht So Oh Äh Hallo Puh Äh Äh Lauter Wände Ich sehe Wände Wände direkt vor mir Wände unter mir Wände neben mir Komische Zeichen Die mir vielleicht was sagen Oder Auch nicht Ist ziemlich groß hier So Da war eine leere Ecke Wenn schon erkunden Alles erkunden Denk ich Dachte ich Würde so sein Vermutlich Hups Und Zab Und Zab Und Zab Und Zab Uh Was ist denn hier Hallo Oh Stacheln Das ist nicht sehr lustig Das ist nicht sehr lustig Oh Oh Come on Geh doch Safe point Okay Uh Oh yeah Shiny Tinky Winky Drei von Drei von Das war doch schon mal Ganz gut Nee Jetzt muss ich's Ach Das ging jetzt schneller Als gedacht Das war ja schon fast gut Oh Was ist denn hier Oh da ist ein Fragezeichen Hallo Mr Fragezeichen Activate Terminal Sammeldaten Äh Smile Good Vision Parameter Äh Entferferenz Tunnel Genau da Okay Äh Teleporter Jetzt können wir uns Zu drei Orten Teleportieren Okay Will ich aber nicht Ich will hier weiter Erkunden Hallo Hallo Oh Stacheln Hallo Was ist denn hier Oh Oh mein Gott Umrunden wir etwa den Planeten Ich äh Ich bin ja ganz schön Auf dem Kopf Uh was bist du denn Oh was Oh Wo Who I am In this place So Okay Ich glaube ich bin jetzt in einem Laborant Geraten Dieses Spiel ist A little bit Not linear Oh War das richtig Ich weiß nicht Wo bin ich Wo bin ich Okay Okay Hilfe So viele Tiltporter Tiltporter Des Todes Äh Jetzt bin ich Bin ich da Und da ist Äh Interessant Okay Dann Würde ich ja mal sagen Wir gucken Nee Nee da ist ne Wand Hallo Hä Ich will rüber Genau Dankeschön Die drei führen genau Die zwei Die zwei führen die zusammen Die führen zusammen Die führen sowas von zusammen Da geht's natürlich nicht weiter Warum sollte es auch da weiter gehen Nein Ich Will doch noch Dort gucken Uh Secret Shiny Tickwinky Nummer vier Jetzt bin ich oben Jetzt bin ich Sowas von oben Das muss man erstmal mit Klarkommen Das ist so Äh Verwirrend Aber die Musik ist Äh Wunderbar Das äh Kann man nicht abstreiten Hallo Teleporter Ein weiterer Teleporter Gehört nun Uns Das ist äh A place Uh Okay Oh mein Gott Alles klar Ich äh Blicke das Man kommt auf der einen Seite raus Und äh Auf der anderen Seite rein Oder so Oh mein Gott Roboter Hä Es geht ab Ah Crazy No Okay Ich sollte sie abziehen Wie viele sind es denn? Vier Stück Eins Zwei Drei Vier Okay Eins Zwei Drei Vier Und schnell rein Ha Gespeichert Superskill Äh 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 Okay Merken wie es geht Und dann einfach wieder machen So Ha Genauso Okay Was ist hier? Ein Ein hin und her Ein äh Taumelndes Äh Hin und her Auf Craziness Wenn ich da runterfalle Meine Sinne spielen Verrückt Äh Wo komme ich denn jetzt Äh So? Ne Alles klar Und dann Geh ich So many ways Zu einem Teleporter Ob das The right way war Auf the Righty Ups Ich hoffe es mal Ha Okay Das war Fast abzusehen Ha Super Stealth Keine Ahnung was das mit Stealth zu tun hat Aber super Ups Haha Oh Oh Das war ja Doof Äh Schneller Das Und das Das haben wir Nicht Ähm So So lösen wir das Und dann Ist das gelöst Oh ein Terminal Äh Irgendein großes Würfelding War da Und die die ich hier einfach Die kriechen Oh Was passiert hier Uh Grüne Blöcke Blöcke Uh Noch ein Terminal Der irgendwas sagt Teleport Blablabla So Wie kommen wir jetzt an das Ding An das Ding kommen wir Indem wir Ne Ich muss äh Zur einen linken Seite gucken Und dann schnell Nein Fast Das sah doch Schon fast in Ordnung aus Ähm Nicht ganz Soll ich In einer anderen Phase Soll ich das Wenn das knapp Habemessen ist Ne Dann sieht es gar nicht aus Soll ich irgendwo warten Ne Die kommen genauso ganz doof Ich kriege das hin Äh Fast versprochen So etwa Ey Uh Das war miss So Zack Zack Ne 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 Oh Es ist echt schwer zu denken Please ma'am Mr. Captain Mr. Captain we have a bigger problem I don't Äh Understand This problem But I Very Versuch Everything To Äh Solve This Shit Oh mein Gott Äh Wo Sah das nach dem Ansatz aus Äh Okay noch mal Nicht ganz Äh Vielleicht eben wie die Lücken Die sind so riesig Schneller 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 man Mr. Man Oh Oh Oho Ich glaube ich komm Der Problemlösung Der Lösung Des Meester Problems So Yes Bam 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 Äh Fünf von Äh Zwanzig Piepiu Geschafft So spielt man Oh yeah So Dann wollen wir mal weiter Nämlich hier rein Uhu Wo sind wir denn jetzt Oho In diesem Felde Der Felder Äh Ach das ist easy Haha Speicherpunkt Und so wird Dodge Äh Hier rüber Und dann Darunter Und dann weiß ich Doch Noch weiter Äh Das sah doch so gut aus Äh Gut zu hektisch sollte man nicht vorgehen In Diesem Spiel Zack Oh Oh Gucken mein Freund Gucken mein Freund Und dann geht's nach da Oh Jujui Gut das wäre dann auch schon mal geschafft Oh Oh I love you Ah Das ist ja very nett Aber irgendwie vermute ich dass mir die Herzen wehtun werden So Nachdenken Ich glaube ich will in die andere Richtung fallen Und das ist so funktioniert Äh Jetzt muss ich noch das packen Natürlich Nicht Das wäre ja fast zu gut gewesen Ach schon wieder Oh Oh gut doch Gepackt Äh That's why I have to kill you Oh Das äh Tut mir very leid Ne Wir wollen Oben lang Unten lang Links rechts geradeaus Fertig ist der Nikolaus Ups Oh nein Nicht aufgepasst Falsch verguckt Äh Ich muss so viele Augen im Kopf haben Das sind ja mehr als zwei Das Spiel ist für Leute mit drei Augen ausgelegt Denn nur die haben das alles im Blick Was hier ab Oh oh Hm Äh Ich Scheiter An dem gebrochenen Herzen It's a broken heart in this game Ups So jetzt äh Kli Ich bin nur auf den Block hier Auf dem Dammit Mister Mister Dammit Mister Dammit Oh Gott Mister Ich bin nur auf diesen Block hier Bin auf diesen Block Jedes Mal Och Hm This is not cool Hä Und Ich mach einfach so So leicht einfacher Zack Geht doch Und oh Jetzt bin ich tatsächlich hier Hallo 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 Ich hab mir schon Sorgen gemacht Captain Ho 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 Kein Problem Äh Schiff Ich hab versucht hier rauszukommen Aber es hat sich nur die ganze Zeit gedreht Oh mein Goddness Kommen sie zurück zum Schiff Und dann äh mit dem Teleporter ist das super easy Fast ein Teleporter Oh mein Goddness Äh ist äh alles in Ordnung Äh ist äh Violett Äh Violett Sie ist in Ordnung Sie ist auf dem Schiff Oh yeah Los geht man Oh mein Gott Er folgt uns Da ist ein Teleporter I found A Teleporter Yay Den hätte er nicht selber finden können Teleport Level komplett Sie haben ein neues Mitglied Drei fehlen noch Oh yeah Was geht ab Wollte Taki Taki machen Betty Betty Chris Amster Ich bin so froh Dass Violett in Ordnung ist Hahaha Na Violett Captain Sie haben Vertical Gress Gefunden Danken Sie so viel Oh mein Godd Ich liebe sie Nehmen sie mich jetzt Ganz hart Bitte Äh Tut mir leid Ich muss hier weg Oh Oh Hallo Termine Äh Wir haben doch Oh Wir haben ein Lied Das ist ja toll Können wir das in diesem Radio hier machen Oder was Nee I don't understand This is so very Ah 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 Die Musik von dem Von Von irgendwas Haben wir jetzt Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Das klingt doch schon mal Musikig Und Als nächstes Ist hier ne Wand Auf unserer Entdeckungstour Ist das doch ein little bit Äh Verwirrend Hallo 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 Bin ich ja fast unten Oh Das äh War nicht so ganz erfolgreich Mh Wollen wir mal gucken Was hier noch so ist Hallo So viel Fläche Ja da unten ist was Haha Mr. Teleporter In aller Schritt Ein Dimensionaler Stabilisator Wurde Kree Erschaffen Oh I already found this Oh Tut mir leid Oh Hier ist das nächste Level Wie es mir so scheinen scheint Dies ist ja Interessanto Aber Wir konnten noch ein bisschen Die Welt hier Vorher Bisschen abgrasen Damit die Karte Völlständig Kartografiert wird Muss das muss Man wäre die Ganz Ganze Welt Hallo Was ist hier Hier ist Terminal Irgendwas Was nicht in die falsche Hand Darf Da ist was Vollgeheim Okay Das blaue da Merke ich mir vielleicht 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 auch nicht Ups Ist hier noch was Da oben Ist noch irgendwas Zum Entdecken Ups Da war ein V 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 Oh mein Gott Äh Stabilisator Dimensionsding Oh die Koordinaten Sind nicht in dieser Dimension Was hat das so Bedeuten Mysteriös 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 Das ist Überraschend Mysteriös Aber Ich würde sagen Das war's Fürs erste Mit V V V V V V Und mir Zerbex Und Mr. Captain Superstar Und ich hoffe es hat euch soweit gefallen Und wenn ja dann Seht ihr in der nächsten Folge Reihen Was dann so Abgeht Alles klar Ich bin raus Ciao